Hallo und herzlich Willkommen auf dem Kanal der TÜV. Heute aus Würzburg vom Würzburger Frühjahrsvolksfest. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit hier. Ihr werdet ein paar Impressionen kriegen, Onrides und so weiter und ja, ganz arg wichtig hier ist natürlich... Vielen Dank. Vielen Dank. So, ich war jetzt gerade in einem Laufgeschäft Krumm und Schiefbau von Hartmann. Ja, ist ganz lustig. Ja, ich bin noch Flipfly gefahren, auch davon werdet ihr ein Onride erhalten und die Geisterbahn Geisterhülle. Da waren wir jetzt auch drin natürlich vorhin noch. Und ja, jetzt gucken wir mal so, was wir als nächstes noch hier tun werden. Und ja, ihr kriegt natürlich ein paar Impressionen. Unter anderem wird man natürlich auch nachher auch noch eine Runde den Breakdancer machen. Genau. So, nach einer Runde der Hawaii-Swingen, was jetzt auch nochmal sehr cool war, ist halt wie Petersburger Schlittenfahrten und anderer Hersteller. Ja, auch echt eine coole Sache. Hat jetzt wirklich Spaß gemacht mal wieder. Laufen wir jetzt noch einmal rum. Und dann, ja, mache ich mich aber auch so langsam auf dem Weg wieder nach Hause. Jön. Jön. Ja, ich bin so langsam auf dem Weg. Jön. Jön. Ja, ich bin so langsam auf dem Weg. Jön. So, damit beenden wir nun diesen D-Lock. Dragdancer bin ich jetzt nicht mehr gefahren. Ich habe jetzt nur noch die Chips geholt für die Sammlung. Ja, aber fahren tun wir das dann wieder in Stuttgart. Für heute haben wir genug Action gehabt. Ihr habt es gesehen, Hawaii-Swingen. Geisterhöhle und Flipfly. Ja, und im Krumm und Schifahr und im Laufgeschäft war er auch noch drin. Ja, und ich würde sagen, damit war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.